Spüre hinein in die Beine Ströme dort von links und rechts zusammen, bis ein stabiles und gegründetes Gefühl in den Beinen und im ganzen Körper entsteht. Ströme in einem U durch die Arme nach unten in die Erde und beuge langsam die Beine. Verankere deine Arme in der Tiefe, strecke langsam wieder die Beine, aber bleibe mit den Armen in der Tiefe verankert, sodass ein Gefühl entsteht, als würdest du irgendwie nicht mehr ganz auftauchen. Entspanne den Körper, lass das Ergebnis nachklingen und wiederhole die Übung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!